Ich fand es halt einfach super interessant, mal so genauer so einen Einblick in das zu bekommen, was man halt im Alltag super oft benutzt, im Handy, in Computern und so, wo man halt jeden Tag arbeitet, ohne wirklich zu wissen, wie das genau funktioniert, was da genau passiert. Das hat mich sehr gereizt. Also mein Ziel ist es natürlich, Wissen mitzunehmen und auch neue Leute kennenlernen oder auch vielleicht ein bisschen Networking und zu schauen, ob das überhaupt was für mich ist. Also ich finde Chip Design spannend, weil ich wissen will, wie denn die Geräte, die wir täglich benutzen, funktionieren und auf welche Geräte wir angewiesen sind und auf welche Funktionen und das Verstehen, wie das funktioniert. Mein Ziel am Ende vom Camp ist, dass ich einiges Neues gelernt habe und am Ende auch das Projekt bearbeiten kann und hoffentlich danach auch noch weiterbegeistert daran weiterarbeiten kann. Musik Ja! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020